Prepare for departure, guten Flug, enjoy the flight. We're going to go to the next station, we're going to go to the next station. Sollte So, ich bin jetzt hier. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da jede Zeit und völlig ohne Mord der Tuvalenzen auftreten können, bleiben sie bitte immer angeschnallt, sobald sie sitzen. Es gilt auch dann, wenn die Anschlusszeichen ausgeschaltet sind. Sollten Sie während des Fluges ein Gepäckfahrer öffnen, achten Sie darauf, dass nichts herausfallen kann. Und wenn Sie unterwegs ein elektronisches Skelett bemerken, das bestellt wir für das Haus, wenn du nützt oder auch und beginnst informieren, sie umgehen die Kabine bis an zu.